Ich bin die Miriam Weixelbronn und Sie fragen sich vielleicht, was macht denn die in Italien? Ganz einfach, bei uns wachsen keine Oliven und ich bin halt am liebsten da, wo die Natur pur ist. Und wo original italienische Delikatessen wie das Olivenöl rein so sind, wie die Natur sie geschaffen hat. Die Natur war schon immer pur und unberührt. Bei Spar ist sie genau so geblieben. Bioprodukte von Sparnatur pur. Da schmeckst die Natur pur.